Hallo, ich freue mich. Endlich ist es fertig. Das große Liederbuch mit 80 Liedern von mir. Es trägt den Titel Meine schönsten Kinderlieder. 1, 2, 3 im Sausen schritt das Flummi-Lied. Ach wie bin ich müde, dicke rote Kerzen. Also ganz ganz viele Songs, die ihr vielleicht kennt. Und auch sicherlich Lieder, die mir besonders gut gefallen und die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt, aber jetzt kennenlernen könnt. Und ich will das Buch mal ein bisschen erklären. Hier seht ihr sofort deutlich, ja das ist eine Ringbuchheftung. Die haben wir bewusst ausgewählt. Für die Praxis einfach super. Man kann das Buch aufschlagen. Die Seiten bewegen sich nicht nach oben. Man kann also ungestört und stressfrei singen. Und in diesem Buch sind natürlich dann auch ganz viele Themen. Begrüßungslieder, Lernspiel- und Spaßlieder, Bewegungslieder. Dann auch Natur- und Umweltlieder, Jahresfeste, Lieder für die Kleinsten. Oder auch Entspannungs- und Schlaflieder. Und jetzt für den Jahresfesten, dicke rote Kerze. Oder auch, sei gegrüßt, lieber Nikolaus. Also zwei Lieder, die wunderbar passen. Und ich zeige euch mal, wie es drinnen aussieht. Ja, hier exemplarisch für viele andere Lieder. So sieht es auf den Seiten aus. Eine große, gut leserliche Schrift. Dann die Gitarristen erkennen es da oben. F-Dur, oieieiei, für manche etwas schwierig. Ich habe dann auch alternative, leichtere Tonarten dazu geschrieben. Und dann gibt es auch bei vielen Liedern dann Spielvorschläge dazu. Und hier unten dann Zeichnungen, die Kinder dann auch bunt ausmalen können. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Spaß mit dieser Zusammenstellung, mit dem Liederbuch Meine schönsten Kinderlieder. Und ich hoffe, ihr habt dann genauso viel Freude, wie ich beim Zusammenstellen dieser Lieder hatte. Bis dann. Tschüss.